Sieh also, wir fahren jedes Jahr nach Istrien und dann nicht nach Kroatien zum Camping. Ach, das Camping nicht. Man hat ein ungezwungenes Leben. Man lebt in Freiheit. Man kann essen, wann man will, wie man will. Man braucht ja nicht Umziehen dazu. Man hat ein wildes Leben sozusagen. Nur diese Campingplätze, also dieser Schmutz, also alles ist verschüttet und verstopft und Toiletten insbesondere. Und die Leute haben auch reihenweise diese Durchfälle. Also wir haben es ja schon gehabt, bevor wir überhaupt hingekommen sind. Begibt es einen kleinen Berg im